Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Chessko 007. Heute ist ganz was anderes, und zwar ein Los Place Abenteuer mit dem lieben Randy THX. Und ja, dann schauen wir mal, wie es heute wird. Wir sind hier in Österreich, natürlich. Und ja, wir gehen gerade zu einer ehemaligen Villa, wo Tunnel und sowas sind. Und ja, ich melde mich dann dort wieder. Wir sind auch schon da, es ist ein kleiner Schmaler-Tunnel, da brauche ich nichts anmachen und sowas. Und ja, ich packe euch den Link von Randy THX Video in die Videobeschreibung, auch seinen Instagram-Namen, meinen Instagram-Namen, denn ich mache ein neues Instagram-Konto und ja, viele Spiele weh mir herum. Und ja, das schaut richtig cool, so mit den Licht und so. Und ja, sorry für die schlechte Kamera-Qualität. Äh, ja. Jetzt sind wir auch schon bei noch einem Tunnel, noch mehr Sachen. Und da sind auch noch Köpfe drüber, so richtig cool. Gehen wir mal den lieben Randy THX nach. Und ja, kommt man da weiter. Ne, das sind nur solche Autoreifen. Autoreifen stehen da da. Und ja, richtig cool. Weil das ist, äh, stand mal die Autor-Grupp wieder auf diesem Platz hier. Äh, und. Ja. Ich folge euch ja bei Infos über die Autor-Grupp wieder noch in die Videobeschreibung. Ähm. Das ist noch richtig gut erhalten für so eine lange Zeit. Und, außer halt, das da. Eine richtig coole Statue hier. Nur leider ist das, glaube ich, bei einem, abgebogen. Und ja, keine Ahnung, ob es so gehört. Ja, gehen wir mal weiter. Eine Mülltonne, mehrere Mülltonnen, wow. Scheint so, als würde hier jemand leben, oder sowas. Oder, keine Ahnung. Aber, richtig cooles Bohrenstrukt hier. Bis auf halt die Felswende, aber, ja. Und, ja, Leute. Das ist Randy THX. Ich zeige euch nochmal das Ganze von der schönen Perspektive. Hier kann man so einen schönen Schutz machen. Und, ja. Da hinten ist noch so ein kleiner Bunker, oder was weiß ich. Und den schauen wir uns dann vielleicht auch noch an, oder? Cool. Ähm. Ah, ja, wir wollten ja schauen, was da hinten ist. Gehen wir da mal hinter. Ja, warte kurz. So. Also, ich melde mich dann wieder, wenn wir dort sind, wo wir hinwollten. Wir sind jetzt dort angelangt, wo wir hinwollten, ne? Hier sehen wir eine Stange mit irgendwas drauf. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber wir schauen uns das mal an. Dafür geht's da durch das kleine U-Gart und alles. Und, ja. Da schaut richtig lästig aus. Das ist eine kleine Plattform. Mit irgendwelchen, einem dicken Rohr. Äh. Auf jeden Fall, wir sind hier. Und, ja. Keine Ahnung, was das jetzt. Wir schauen, wie der Bunker ist, wenn wir in der Kronen waren. Also, und wir schauen jetzt schnell, wo der Bunker ist. Und dann melde ich mich wieder. So, Leute, wir sind jetzt bei dem Bunker angelangt. Und schauen mal, was da drinnen ist. Äh, ja. Es schaut nicht so lecker aus, da drinnen. Schauen wir mal. Wir gehen nicht rein, weil es zu gefährlich ist. Da können wir nicht rein, denn es ist zu gefährlich. Man weiß nie, was da drinnen ist. Oder ob es gefährlich ist. Sicher ist gefährlich. Weil da schon so viel drinnen liegt. Und deswegen gehen wir nicht runter. Ja, ich melde mich gleich wieder. Bei einem neuen schönen Ort. Und dann, ja. Bis gleich. Ja, Leute, wir sind hier beim Torbogen. Er zieht sich kurz um. Und, ja. Das ist doch richtig schön hier. Ich wollte euch nur kurz sagen, wir machen jetzt da ein paar Insta-Fotos. Und melden uns dann oben wieder. Und schauen halt noch, wo wir tun. Ob wir irgendwas Schönes finden. Und ich hoffe, wir finden was Gutes. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt. Von Randy THX. Dann lasst auch ein Abo und ein Like da. Ich will mich riesig unterstützen und freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.